Das Jahr 2014 war fantastisch. Es hatte für uns ja einen Abschluss im Sommer mit der deutschen Meisterschaft. Die Mannschaft, die da entstanden ist, die da gewachsen ist im Jahr 2013-2014 oder viele auch schon im Jahr 2012-2013, die zwei Jahre bei uns in der U17 gespielt haben, das war außergewöhnlich. Die Mannschaft hatte Qualität, sie hatte aber auch eine außergewöhnliche Bereitschaft zu verteidigen. Das heißt, wir haben in der Saison elf Gegentore bekommen in 26 Spielen, was schon ein besonderer Wert ist. Und ja, da war dann schon auch eine große Solidarität untereinander, eine große Verlässlichkeit. Ja, auch einfach ein riesen Hunger auf diesen Erfolg. Viel Freude auch dabei. Wir haben auch unheimlich viel zusammen gelacht und viel Spaß gehabt in dem ganzen Prozess. Was danach kam, war echt auch eine relativ große Trauer, weil man einfach so eine besondere Reise mit einer Mannschaft hat, die sich danach im Jugendbereich halt auflöst.